Mein Name ist Frank Rückert. Ich bin Fotograf aus Hannover und fotografiere jetzt seit 2004 intensiv mit Olympus. Mein Spezialgebiet ist die Makrofotografie und so kam ich auch mit Olympus näher und bin Olympus Visionary. An der EM1 Mark II begeistert mich am meisten das Feature Focus BKT. Focus BKT ist ein automatischer Vortrieb einzelner Aufnahmen. Die Kamera macht dann bis 999 Aufnahmen. Nachdem ich einen Nullpunkt festgelegt habe, führt sie den Fokus weiter in die Tiefe und ich kann das am Display den Schärfepunkt verfolgen. Daraus ergeben sich dann viele Bilder, die dann am PC zusammengelegt werden zu einem einzigen Bild und dadurch habe ich die Möglichkeit ein sehr sehr scharfes Foto in einem vereinigt zu haben, welches mit einem Einzelschuss nicht möglich wäre. Mein Lieblingsobjektiv ist natürlich das 2,860 Makro. Beweggrund war für mich natürlich damals zum Wechseln klein, leicht, Stabilisator in der Kamera, Lupenfunktion und Olympus ist eigentlich genau das System, das ich brauche. Bis jetzt hat es mich noch nie im Stich gelassen, trotzdem ich mit einem Gehäuse schon weit über 500.000 Auslösungen hinter mir habe. Und klein, leicht, handlich und ansprechend. Heute Morgen war ich in meinem Biotop. Die Voraussetzungen waren wettermäßig bestens 12 Grad. Zwar habe ich am Anfang erstmal nichts gefunden, aber dann habe ich ein wunderbares Wessensspinnennetz gefunden. Und da heute Morgen absolute Windstille herrschte, konnte ich seitlich Fokus-BKT betreiben mit 70, 80 Aufnahmen, ohne dass sich das Netz ein einziges Mal bewegt hat. Und dann eine farbenfrohe Wespenspinne mit Tautropfen, das ist genau das Motiv, was ich suche und was ich heute eben gefunden habe. Und das ist dann schon ein starker Tag.